UNTERTITELUNG 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 Lukas! 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 Sie wird einmal Schauspielerin, eine Vizemama gesagt. Damals schon. So eine Großmutter. Ich sollte heute noch in die Apotheke. Heut noch? Der Doktor war da und hat für den Papa was aufgeschrieben. Das nimmt einer. Papa, du musst ein bisschen auf dich aufpassen. Ja, ja. Du hast dich nicht zu beeilen müssen. Ich hätte schon gewartet. Womit gewartet? Na, jetzt bist du wieder da. Wenn mich der Papa mal nicht mehr braucht, was wird dann sein? Was ist das? Reife von der Mama. Das würdest du vielleicht lesen, habe ich mir gedacht. Hier bin ich immer gesessen als Mädchen. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie erfolgreich ich einmal sein werde. Von allen bewundert und geliebt. Bewundert und geliebt? Geht das zusammen? Warum sagt einem das keiner? Hätten sie es geglaubt? Immer strahlend, immer gut gelaunt, so zufrieden, so erfolgreich. Das ist doch nicht echt. Man weiß überhaupt nicht mehr, wer du eigentlich bist. Und du weißt so genau, wer du bist. Vielleicht hörst du das ja. Danke, wollte ich dir sagen. Danke. Es ist nicht traurig, wenn man stirbt. Ich bin ja schon alt. Und man kommt in den Himmel. Das war sie. Verena? Ja? Komm. Wenn du mal also siehst. Na wo ganz so spürt? Ich... Junge.